Musik Ich habe im Brigitte-Sauce-Programm teilgenommen. Das ist ein dreimonatiger Austausch für deutsche und französische Schülerinnen und Schüler. Musik Ich hatte eine wunderbare Zeit in Frankreich. Ich habe mich super mit meiner Gastfamilie verstanden. Und auch als Soleil, meine Austauschschülerin, dann hier in Berlin war, haben wir auch eine Menge zusammen erlebt. Und haben jetzt immer noch Kontakt zueinander und werden uns auch dieses Jahr besuchen kommen. Musik Ich würde jedem diesen Austausch empfehlen. Es war wirklich, wie schon erzählt, eine sehr schöne Erfahrung. Super leichte Organisation. Musik Campingausflüge in die Berge oder Besuch über den Großeltern am Meer. Also welche kleinen schönen Erinnerungen, die wirklich mein Leben geprägt haben. Und auch die ganze sprachliche Erfahrung. Musik Dass die Franzosen anstatt Aua, wie wir hier in Deutschland immer Ayeux sagen. Und das immer sehr theatralisch. Rosa hat von der Französischlehrerin davon erfahren. Es hörte sich alles ganz plausibel und klar an. Sehr einfach strukturiert. All die ganze Administration wird auch so unterstützt von den Lehrerinnen. Dieses Programm konnten die Kinder einfach machen und haben sogar noch Reisekosten dazugekriegt. Finde ich wirklich phänomenal. Musik Sie hat in den drei Monaten einfach viel gelernt, auch für sich selbst. Sich selbst zu organisieren, klar zu kommen. Und wie das immer so ist, wenn die Kinder von einem längeren Aufenthalt alleine wieder nach Hause kommen, sind sie einfach ein Stück, großes Stück, erwachsener geworden. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.